Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Das größte Geheimnis ist nicht, wer oder was hinter dem Hund von Baskawool steckt. Das größte Geheimnis ist, wo ist Paul? Hallo Dominik. Wo ist Paul? Das frage ich mich auch. Paul? Wer ist eigentlich Paul? Game is on. Hallo auch. Kurz zur Erklärung. Dominik, Paul und ich haben Inona Homes 1 vor zwei Jahren besprochen. Und jetzt besprechen wir den zweiten Teil, der jüngst auf Netflix gestartet ist. Und Paul ist nicht da. Ja, eine Schweigeminute. Wir wollen es nicht übertreiben. Paul, liebe Grüße. Aber ich glaube, wir kriegen das schon zusammen hin. Inona Homes 2 ist endlich da. Der erste Teil war ja ein unglaublich großer Erfolg für Netflix. Eigentlich eine Warner-Produktion, die Warner aber dann Netflix abgegeben hat. Die haben sich gefreut, denn Millie Bobby Brown, bekannt aus Stranger Things, spielt die Titelrolle. Gehen wir nochmal kurz zurück. Was oder wie fandest du den ersten Teil? Da kann man natürlich auch gerne in unsere Besprechung reinhören mit uns drei Hübschen. Ich fand ihn ganz solide, bisschen nett, hatte aber doch so meine Probleme, was so das Pacing oder auch generell die Erzählweise anging. Aber ja, ich fand den ganz nett, wie gesagt. Und wir hatten ja damals, glaube ich, auch schon gesagt, warum keine Fortsetzung? Und jetzt hat Netflix es getan. Ja, bei mir war es so, ich fand den ganz unterhaltsam. Ich fand aber, dass der dann so ab der Hälfte ordentlich an Schwung verliert. Aber er hatte halt den Vorteil, dass halt Millie Bobby Brown es wirklich gerockt hat. Die ist so charmant als diese Inona Homes, dass ich da auch gerne zugeguckt habe. Und das ist sie auch, so wir selber verraten, im zweiten Teil. Und Dominik, könntest du uns eben kurz verraten, worum geht es im zweiten Teil? Ja, Inola Homes 2 schließt mehr oder weniger an den ersten Teilen nahtlos an. Und Inola Homes hat jetzt nach ihrem ersten erfolgreichen Fall eine eigene Detektei gegründet. Die dämmert aber eher so vor sich hin und scheitert dann auch zuerst, weil keiner sie wirklich engagieren will. Unter anderem, weil sie eine Frau ist oder sogar noch ein Mädchen. Und als sie dann eigentlich schon alles dicht machen will, kommt dann ein kleines Mädchen zu ihr und meldet das Verschwinden ihrer älteren Schwester. Oder auf jeden Fall Ziehschwester. Beide Mädels arbeiten in einer Streichholzfabrik. Und ja, dort gehen nicht allzu koschere Dinge vor. Und deshalb nimmt dann Inola Homes die Ermittlungen auf und trifft dabei einmal mehr unregelmäßig auf ihren älteren Bruder Sherlock Holmes. Gespielt erneut von Henry Cavill. Mehr sollte man dazu dann, glaube ich, auch nicht verraten, oder? Ja, was man sagen kann, ist, man merkt sehr deutlich, dass die Screentime von Henry Cavill's Sherlock sehr nach oben gegründet worden ist. Also im ersten Teil hatte der, glaube ich, so zwei, drei mittlere Auftritte. Und hier dachte ich zu Beginn erst, wo ist denn jetzt Sherlock? Weil er ja durchaus im Marketingbereich schon präsenter war als beim ersten Teil. Und dachte, okay, wird das jetzt wieder so, wie man es halt von den letzten Bruce Willis-Filmen kennt. Bruce Willis steht auf dem Cover, aber eigentlich kommt er nur fünf Minuten vor. Aber nein, er kommt recht spät dann in die Handlung rein, bleibt dafür aber auch sehr lange. Und ich muss sagen, Henry Cavill gibt einen sehr schönen Sherlock ab. Und ich finde es auch schön, dass trotz seiner Prominenz die Nola Holmes trotzdem immer im Fokus bleibt. Ja, ihnen ist eben nicht das passiert, was eigentlich in der Handlung ist. Nämlich, dass sie immer im Schatten ihres älteren Bruders steht. Was ja irgendwie unweigerlich leider nun mal der Fall ist. Und was so die, sage ich mal, die Präsenz oder den Fokus im Film angeht, da ist das überhaupt nicht so. Also, ich muss auch sagen, ich habe ja in unsere erste Besprechung noch mal reingehört, weil ich es doch noch mal ein bisschen auffrischen wollte. Weil Teil 1 ist nun mal jetzt zwei Jahre her. Und ich muss sagen, da, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass wir beide, glaube ich, so ein bisschen, also nicht direkt ein Problem hatten mit Henry Cavill. Aber so ein bisschen gehadert haben damit, wie die Figur geschrieben ist. Und das war bei mir tatsächlich, also das war jetzt nicht hier wie weggeblasen, aber es hat wirklich gut für mich funktioniert. Und ich habe echt den Eindruck, dass er sich richtig eingewöhnt in diese Rolle. Und ich, also ich muss sagen, ich könnte mir auch einen Sherlock Holmes nur mit ihm vorstellen. Der gefällt mir wirklich mittlerweile sehr, sehr gut in der Rolle. Ja, ich hatte auch das Gefühl, er hatte jetzt hier auch was zu tun. Im ersten Teil war er mit Mycroft Holmes, der damals gespielt wurde von Sam Clever. Also, den haben sie übrigens im zweiten Teil komplett wegrationalisiert, was ich jetzt nicht schlimm fand. Aber da war er ja nur dafür da, um zu zeigen, guck mal, Enola Holmes, ich bin ihr Bruder, ich laufe mal durchs Bild und zeig mal, dass ich hier der Obermacker bin. Und im zweiten Teil, wie gesagt, hat er mehr zu tun. Er bringt die Handlung voran, ohne aber halt eben die Leistung von Enola zu deklassieren. Und das ist ein, ich glaube, das ist kein einfacher Ballonsack, den sie da gemacht haben, aber er ist ihnen gelückt. Ja, sie haben es auch zum Ende hingekriegt tatsächlich, dass dann beide Fälle von ihnen jeweils, also man hatte eigentlich lange das Gefühl, dass sie nichts miteinander zu tun haben, aber dann fließt das halt immer weiter ineinander. Kennt man natürlich auch schon irgendwie aus Holmes-Geschichten etc. Aber ich fand es sehr schön und generell auch, also man merkt auch, dass es dem Film wirklich gut tut, dass man jetzt einige Szenen zwischen ihm und Molly Brown zusammen hat. Die haben wirklich eine schöne Chemie, finde ich. Und da kann man auch wirklich noch einiges rausholen, wie ich finde. Was man allerdings merkt, und da schleppt der Film leider so ein bisschen Marotten des Vorgängers mit rein. Ich weiß nicht, ich hatte auch mal nachgelesen, in der Buchvorlage, auf der das ja jetzt hier basiert, ich weiß jetzt nicht genau welches, ist auch egal, von Nancy Springer erneut, tauchen sowohl die Figuren von Helena Bonham Carter als auch Louis Partridge, der diesen, ich nenne ihn immer Lord-Tweet-Anzug, keine Ahnung. Die tauchen in der Vorlage nicht auf und in diesem Film schon. Und ich finde, das merkt man. Oder wie hast du das empfunden? Ja, wie ist der Louis Partridge, die Figur war mit die Ödeste im ganzen Film, das hätte mich nicht gestört, wenn die einfach weggefallen wäre. Und so sehr ich Helena Bonham Carter schätze, die hier Inolas Mutter Eudoria spielt. Das ist eine tolle Schauspielerin und sie hat auch mehr Screentime im ersten Teil, aber ganz ehrlich, das sind immer so Auftritte, die sie wirken auch so rein platziert. Guck mal, wir haben jetzt hier nochmal ihre Mutter, ganz wichtig, aber sie wirkt nie so richtig, als gehöre sie wirklich zur Handlung dazu. Diese Szenen mit ihr sind nicht schlecht, aber der Film hätte sie nicht gebraucht. Ich würde bei beiden Figuren sagen, dass es sich schon bemerkbar macht, dass die eigentlich nicht zur Handlung gehören. Bei ihr, finde ich, fällt das halt nicht ins Sogewicht, weil Louis Partridge, also das ist bestimmt ein netter Kerl und so, aber der wirkt irgendwie so, als würde er nicht in diese Welt gehören. Das ist ein Problem, was auch schon Teil 1 hatte leider und dann auch so diese ganzen Young Adult-Manierismen, die dann auch zum Tragen kommen zwischen ihm und Millie Bobby Brown. Ich will gar nicht mal sagen, dass die keine Chemie haben, aber er selber ist halt völlig redundant. Ja, es wirkt halt auch einfach so, dass, also das muss man ganz klar sagen, Netflix baut hier wieder so, wie, glaube ich, jedes Studio ein Franchise auf. Das merkt man sehr deutlich, gerade wenn es dann zum Thema Abspann kommt, da gibt es eine besondere Szene, die wollen wir hier nicht verraten, aber da wird mehr als deutlich, da kommt noch mehr. Und es gibt sieben Bücher von Nancy Springer, das heißt, genügend Munition hätten sie und ich nehme mal stark an, dass auch der zweite Teil wieder sehr erfolgreich sein wird. Deswegen ist dieser Louis Partridge irgendwie, ja, der wirkt halt so wie der spätere Boyfriend von ihr. Weißt du, die bauen das jetzt so nach und nach auf und es wird dann irgendwann damit so enden, dass sie halt eben ein Paar werden. Das ist eine Sache, die finde ich nicht schlimm, aber ich hätte sie auch nicht gebraucht. Und wir haben jetzt schon ganz oft gesagt, jetzt in diesen paar Minuten, die dieser Podcast geht, dass da Sachen drin sind, die irgendwie ein bisschen wie aufgepfropft, wie angeflanscht wirken. Und da muss man sagen, der Film geht auch seine 130 Minuten, der ist nach zehn Minuten länger als der erste Teil, aber ich finde trotzdem rückblickend, dass ich den zweiten kurzweiliger finde als den ersten. Er ist lang, aber ich fand, er hatte keine wirklichen Längen. Also der flutschte relativ gut weg, fand ich. Also er ist schon lang und das ist auch so die Kinderkrankheit von Netflix-Filmen, aber da muss ich mich dir auch ganz klar anschließen. Es fällt hier nicht so wahnsinnig ins Gewicht und es liegt auch daran, dass er vom Erzählrhythmus her einfach, also ich sage nicht, dass der Film rund ist, aber er wirkt runder als der erste Teil. Der erste, der hatte wirklich so Szenen, wo man sich dachte, wofür war das jetzt gut? Hier sind vielleicht auch welche, aber die funktionieren für sich genommen zumindest. Also auch, was du gerade meintest mit Helena Bonham Carter, das fördert immer zumindest für mich spaßige Action-Sequenz zutage. Generell hat der Film mehr Action, was dem aber auch gar nicht schadet. Und man muss generell sagen, wüsste man jetzt nicht zum Beispiel, dass der erste Film noch wirklich von Warner kam und der dann hier nicht. Also man sieht da keinen Unterschied im Produktionswert, gar nichts. Das ist wirklich, Netflix hat den ja wirklich aus eigener Tasche finanziert oder dann auch in Zusammenarbeit mit Legendary Pictures und das Produktionsniveau ist sehr, sehr hoch. Also insbesondere bei so einem Maskenball oder auf jeden Fall so ein, ja halt offizieller Anlass, da wird geklotzt und nicht gekleckert, würde ich sagen. Man muss ja auch sagen, dass es ist mit Harry Bradbeer doch der Regisseur des ersten Teils und der Jack Thorne, der auch den ersten Teil geschrieben hat, sind halt alle wieder zurück. Das heißt, die wissen glaube ich schon, was wir machen. Ich gebe dir auch komplett recht, also der wirkt auch wie aus einem Guss, wenn man Teil 1 und Teil 2 wirklich direkt ineinander guckt. Dann hat man glaube ich einen 4-Stunden-Film, wenn man so will. Vielleicht einen gleichen Unterbrecher einfach, wenn dann der Abschnitt von Teil 1 kommt. Das ist wirklich sehr nett, man muss auch sagen, ich finde, dass der Harry Bradbeer, der zuvor ja wirklich nur Serien gemacht hat, darunter auch Fleabag, was man auch merkt, weil gerade wenn Inola Holmes die vierte Wand durchbricht, dann macht sie das sehr gut. Das sind auch die Momente, die auch wirklich Spaß machen, wobei ich das Gefühl hatte, dass es in Teil 2 weniger ist als beim ersten. Ja. Dafür wird es besser eingesetzt, es wirkt nicht so inflationär. Also die Inszenierung ist nach wie vor sehr, sehr verspielt und auch ideenreich, insbesondere mit so Daumenkino-Animationen arbeitet Harry Bradbeer hier. Aber ja, es wirkt nicht mehr ganz so zur Schau gestellt, sage ich jetzt mal. Es fügt sich wirklich sehr gut ein. Teilweise erinnert die Inszenierung aber auch, also ja, nicht mehr ganz so sehr. Sie erinnert nicht mehr ganz so frappierend wie vor zwei Jahren an die Guy Ritchie-Sherlock-Holmes-Filme. Das hatten wir da, glaube ich, auch angemerkt in der alten Review oder wie, wie war da dein Eindruck? Ähm, ja, die Ritchie-Sherlock-Holmes-Filme sind einfach wesentlich actionreich. Also du hast ja schon gesagt, Inola Holmes 2 hat ein, zwei Action-Sequenzen. Ich fand die höchstens nett, meistens solide, ähm, aber das ist jetzt für mich, oder sind für mich nicht die Highlights des Films. Für mich das Highlight bleibt bei Teil 2 wie bei Teil 1 einfach Millie Bobby Brown, weil die halt eben diese vierte Wand auch ganz oft nicht verbal durchbricht, sondern einfach mit einem netten Blick. Es gibt zum Beispiel eine Szene im Gefängnis, wo sie alleine halt mit Blicken uns zuschauen, halt ganz klar macht, was sie gerade denkt. Und dem beizuwohnen, finde ich, das macht durchaus Spaß. Das ist auch eine Verbesserung gegenüber dem ersten Teil, wo, äh, Paul das in unserer Review tatsächlich angemerkt hatte, dass, äh, bei vielen Szenen, wo sie eben einen Fourth-World-Break macht, dass sie dann, äh, einfach einem nur sagt, was sie gerade empfindet. Und das ist hier nicht so. Vor allem merkst du auch, das hab ich ja auch gelesen, dass Millie Bobby Brown an einigen Stellen auch viel improvisiert hat. Und wenn du den Film dann siehst, dann kannst du dir ganz genau zusammenreimen, was jetzt von ihr war. Also, Harry Bradbeer hat dir wohl auch ziemliche Freiheiten gegeben, was das angeht. Wen man übrigens noch erwähnen kann im Cast, äh, ist auch wieder ein Harry-Potter-Veteran. David Thewlis tritt hier ja auf als Antagonist. Äh, ich muss sagen, ich bin irgendwie immer irritiert, wenn man den nicht mit Schnorres sieht. Also, selbst in Wonder Woman sah er aus wie Ned Flanders. Ähm, aber der hat, der hat schon eine Präsenz, wenn der Bösewichte spielt, finde ich. Ja, also, es ist eh ein sehr guter Schauspieler. Ähm, bisschen schade fand ich's halt schon. Du siehst ihn halt und meinst sofort böse. Ja, 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 ja. Und der Film aber, äh, gut, das ist ein Spoiler, aber ich glaub, das ist relativ klar, dass das nicht der Hauptbösewicht ist, aber dass der schon so eine Art Gegenspieler ist. Ähm, ich muss ja sagen, ähm, es gibt, also, wir haben ja schon gesagt, dass Sherlock viel ermittelt und es kommt ja auch ein alter Widersacher zurück. Und ich muss sagen, ich hab das relativ, ich will nicht sagen, ich bin clever, äh, aber ich hab das relativ schnell, äh, erkannt oder, ähm, also, feststellen können, wer jetzt, äh, der Oberbösewicht ist. Und ich weiß, dass dieser Oberschurke zu diesem Sherlock-Universum irgendwie dazugehört, aber irgendwie hatte ich nicht die, weiß nicht, dachte ich mir nicht so, boah, dass es unbedingt sein muss. Also, ich hätt's, glaub ich, erfrischender gefunden, wenn sie für Enola Holmes vielleicht einfach mal einen eigenen, sag ich mal, Antagonisten, Antagonistin herausgeholt haben und nicht halt wieder das Bekannte rausholen, weil, das darf man nicht vergessen, dieser, ich mein, jeder, der Sherlock Holmes kennt, weiß, wer gemeint ist, aber ich sprech den Namen jetzt trotzdem nicht aus. Ähm, ähm, ist, ist, ist unglaublich wichtig und wurde in der Vergangenheit schon von ganz tollen Schauspielern sehr gut, äh, ja, verkörpert. Und die Verkörperung jetzt in Enola Holmes 2 war mir ein bisschen blass. Ja. Oder zu theatralisch fand ich das. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass da auch nicht viel Spielraum war dafür, ne, das erinnert so ein bisschen an, äh, das erinnert tatsächlich an den ersten Guy Ritchie, äh, Sherlock Holmes, wo ja, äh, besagter Charakter auch nur so angedeutet wird, aber ich, also, da bin ich auch bei dir, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich weiß auch nicht, warum, ja gut, er ist, der Charakter gehört nun mal einfach halt zu diesem Universum. Er soll vielleicht natürlich auch dazu dienen, äh, Henry Cavill in kommenden Teilen dann wahrscheinlich auch noch weiter in den Fokus zu rücken. Das wird man sehen, ich meine, also, Henry Cavill kriegt ja, äh, am Ende noch Besuch, ne, das spoilere ich nicht, ist das Mid-Credit-Scene ist das, glaube ich, ne, aber man, man kann sich's auch denken, komm. Ja, äh, was ich noch anmerken will, der Film hat lustigerweise in seinem Finale eine ähnliche Schwäche wie der Vorgänger. Das Setting ist zwar diesmal besser, aber es ist da, ich, ich weiß nicht, äh, du hast ihn ja wahrscheinlich auf dem Laptop geguckt, ne? Oder? Ja, ja, also, ich hab ihn, ich hab ihn nicht auf dem Laptop, aber auf den Computerbildschirm geguckt. Okay. Einen neuen Computerbildschirm. Oh. 16 zu 9, HD. Ja, ja. We spared no experience. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war es tatsächlich wieder zu dunkel. Also, es war nicht ganz so schlimm wie beim ersten Teil, wo du dich teilweise echt gefragt hast, was passiert dir gerade? Aber es war schon ein bisschen, ein bisschen zu kontrastarm an der Stelle, hatte ich das Gefühl. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das Finale an sich fand ich gar nicht mal verkehrt. Den Kritikpunkt kann ich leider nicht teilen. Also, ich hab alles erkannt, also, an meinem Bildschirm, der übrigens, wie ich schon sagte, komplett neu ist. Ich hab's auf dem 4K-Fernseher gesehen, also. Achso, gut, nee, das hab ich nicht. Aber, ähm, was, was ich interessant finde, ja, Zeimer hat, also, du und ich schon gesagt, da kommen ganz viele Figuren aus dieser Sherlock-Holmes-Welt, äh, hinzu, oder werden genauer vorgestellt. Und ein dritter Teil, seien wir ehrlich, der wird, glaub ich, schon kommen, außer das Ding floppt total und danach sieht es aktuell nicht aus. Nein. Aber besteht nicht einfach zu sehr die Gefahr, dass es am Ende des Tages irgendwie spätestens, wenn der dritte Teil kommt, dann doch mehr ein Sherlock-Holmes-Film ist als ein Inoda-Holmes-Film, wenn du dann so diese ganzen Figuren mit reinbringst, die eigentlich mehr mit Sherlock-Holmes zusammen sind als mit ihr? Das könnte schon sein. Es gibt halt in dem Teil hier eine ganz klare Tendenz dazu. Also, es taucht ja auch wieder Lestrade auf, der, ja, natürlich ist er eine Randfigur, aber trotzdem hat er, kommt er schon ein bisschen mehr zum Zug als im ersten Teil. Und, äh, ja, also die, die Gefahr sehe ich da auch. Auf der anderen Seite, ich hätte halt auch nichts dagegen, einen Sherlock-Holmes-Film mit, äh, Henry Cavill zu sehen. Auf der anderen Seite wäre das halt sehr schade von Millie Bobby Brown, ne? Ich glaube halt einfach, dass die Figur Sherlock Holmes so stark ist, weil die halt auch schon so viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat, dass es, glaube ich, für selbst so eine gute Schauspielerin wie Millie Bobby Brown schwierig wird, dagegen anzukämpfen. Ja, vor allem gegen Henry Cavill, ne? Ich finde halt, im zweiten Teil haben sie die Balance relativ gut geschafft. Du hast mehr Sherlock, aber trotzdem bleibt es ein Enola Holmes-Film. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn jetzt Netflix hört, oh, das kam besonders gut an und der Film wird vielleicht, weiß ich, zweimal mehr geguckt als der erste Teil, dass sie denken, okay, wir brauchen halt mehr Sherlock. Mhm. Weil, also, es ist ja bekannt, wie Netflix denkt. Netflix und Henry Cavill waren mal ein großes Team. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, nachdem er jetzt bei Witcher ausgestiegen ist, aus noch unbekannten Gründen, ne? Aber die werden schon versuchen, den zu halten und vielleicht, äh, ich meine, so einen Film zu drehen, ist, glaube ich, nicht so zeitaufwendig wie eine ganze Serienstaffel. Nee, vor allem hat er ja auch, es ist ja, es ist ja trotz allem eine Nebenrolle. Man wird sehen, wie es sich entwickelt. Ich muss sagen, ich, ich, ich muss sagen, so sein Sherlock gefällt mir mittlerweile. In der ersten, in dem ersten Ding war es ja noch so ein bisschen so, ah, der ist irgendwie doch ein bisschen zu empathisch oder, oder irgendwie auch ein Stück weit eine Vaterfigur. Aber vielleicht auch dadurch, dass Mycroft Holmes jetzt an die Seite geschoben wurde, auch jetzt nichts gegen Sam Claflin oder so, ist da vielleicht natürlich auch mehr Spielraum für ihn. Also das, ach doch, wirklich, also da, da möchte ich mehr von sehen. Allein deshalb möchte ich schon einen dritten Teil. Ich kann aber, also die, die, so, die Befürchtung, dass das eventuell dann zu sehr das überstrahlen könnte, was eigentlich hier im Fokus sein sollte, die, die sehe ich auch, ganz klar. Bevor wir jetzt mal langsam Richtung Fazit gehen, sollten wir vielleicht noch eine Sache beurteilen, und zwar der Kriminalplot. Wir haben es ja auch wirklich mit einem Kriminalplot zu tun. Wie fandst du den? Ich fand den gar nicht verkehrt. Manchmal vielleicht ein bisschen zu verzwackt. Erinnerte mich so ein bisschen wieder halt an den zweiten Guy Ritchie Holmes, den ich tatsächlich doch ganz gern mag, aber der zu überkompliziert ist für das, was er erzählt. Ich mochte das auf der anderen Seite, dass hier ein realer Kick-Off tatsächlich auch ist, ne? So diese Streichholz-Mädchen und dann diese Streiks und selbst die Figur, die hier gesucht wird von ihr, das ist ja tatsächlich eine reale Persönlichkeit. Da wird jetzt nicht verweisbar was draus gemacht, aber ich fand's durchaus ganz schön. Und das harmonierte insbesondere am Ende auch ganz gut mit dem eindeutig wieder sehr feministischen Touch, den wir auch schon im ersten Teil hatten. Ja, also dieser feministische Touch, der ist schon wirklich sehr ausgeprägt, jetzt aber finde ich auch sehr passend. Ja. Also es ist eine Bekundung für Selbstbestimmung und Gleichheit, die wird halt sehr vehement vorgetragen gegen Ende, aber es passt, weil die ja auch in Oda Holmes an sich eine sehr vehemente Figur ist. Ich kann dir bei dem Kriminalplot eigentlich auch nur beipflichten, ich fand den nett. Bisschen auch überkomplex, nicht, aber zu überkompliziert erzählen. Letztlich ist es dann nicht so komplex, wie es der Anschein hatte. Und ja, ob das jetzt wirklich 130 Minuten rechtfertig sei mal dahingestellt, aber da ich ja nicht fand, dass er jetzt wirkliche Längen hat, ist es schon okay. Damit, glaube ich, können wir in Richtung Fazit schwenken oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, soweit nichts mehr, nee. Also höchstens noch, dass man, da finde ich schon, hat das ein bisschen zugelegt gegenüber dem ersten Teil, weil da konnte man ja noch so sagen, ja, ist halt, ja gut, das war ja das Problem, dass der erste Teil dann zwischendurch völlig den Fokus verloren hat. Das macht der hier besser. Aber ich finde, das war jetzt zumindest nicht mehr so ein Fall, den man jetzt so belächeln konnte, ach ja, ist halt so ein Kinderkrimi, ne, weil es ist jetzt ein Fall, den hätte auch durchaus ein erwachsener Sherlock Holmes lösen können. Ja, das stimmt. Und ansonsten, nö, schreiten wir zum Fazit. Es ist, äh, also böse Zungen könnten natürlich jetzt sagen, more of the same, aber das ist in dem Fall, wenn dann auch nichts Schlechtes. Es wirkt alles ein bisschen eingespielter. Ich möchte vor allem auch, dass der dritte Teil auch wieder von Harry Bradbeer inszeniert wird. Der hat da wirklich ein Händchen für und, äh, auch wenn man immer mal wieder so merkt, dass seine TV-Regie durchkommt, ist es ein wirklich solider Film geworden. Ich würde ihn auch so ganz knapp über dem ersten ansehen, denn ich hatte mit dem noch einen Tacken mehr Spaß, tatsächlich. Vielleicht liegt es an Henry Cavill, wer weiß. Äh, so hundertprozentig stimmig ist es vielleicht alles immer noch nicht, aber es ist auf einem wirklich guten Weg. Und ganz ehrlich, Netflix darf da gerne das wirklich zu einem Franchise ausbauen. Also mein Go haben sie. Ja, da sind wir uns, glaube ich, wirklich relativ einig. Ich finde auch, dass der zweite Teil besser ist als der erste. Jetzt nicht so überragend, äh, dass man sagt, das ist wirklich eine komplette Verbesserung. Nein. Aber er ist dezent marginal wirklich besser und ich hätte auch nichts gegen einen dritten Film einzuwenden. Ich würde aber jetzt auch nicht todtraurig sein, wenn er nicht kommt, aber sehen wir der Tatsache ins Auge, der wird ganz sicher kommen. Ja, ja, ja. Wer den ersten Teil wirklich mochte, der dürfte den zweiten Teil lieben. Wer den ersten Teil, so wie wir beide, so, ja, der war ganz okay, der wird auch den zweiten besser finden. Wer den ersten Teil nicht mochte, wird den zweiten auch nicht mögen. Und ich glaube, das lässt sich so, glaube ich, zusammenfassen. Also zum Enola-Holmes-Fan wird man mit dem Film, glaube ich, auch nicht, wenn man mit dem ersten nichts anfangen konnte. Das war's. Ich hoffe, wir konnten es zumindest schaffen, dass ihr Fans von uns werdet vom Tele-Stammtisch. Wir haben eine eigene Webseite, tele-stammtisch.de, da findet ihr alle unsere Podcasts und ein paar Informationen zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Außerdem gibt es uns bei Instagram, Facebook, Twitter, ach, wir sind überall. Ja, sogar in eurer Socken-Schublade, die müssten mal richtig nachgucken. Es war mir eine Freude, mit dir darüber zu reden, über Enola-Holmes, lieber Dominik. Gerne, gerne. Ich verabschiede mich, sage Tschüss und dir gebührt das letzte Wort. Bis in zwei Jahren. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.